Der Flug war gut, aber es war sehr lang und bei den Gaststättern war es gut. Also der Flug war gut, aber sehr lang und gut. Und uns? Wie gefällt es dir da? Mir? Ich gut. Eindrücke? Eindrücke. Bis jetzt habe ich noch keine NHL-Spieler gesagt. Wie sieht es bei der Gaststättern? Gut, gut, aber es gibt keinen guten Fernseher.